Hallo Leute, das Ende der 7. Staffel rückt immer näher und lässt uns die 7 Tage dazwischen länger erscheinen denn je. Und für alle, die noch nicht wissen, wo sie sich die 7. Staffel anschauen sollen, empfehle ich Sky Ticket. Denn für unter 2 Euro könnt ihr mit Sky Ticket seit dem 17. Juli die brandneue 7. Staffel von Game of Thrones inklusive dem großen Staffelfinale am 28. August genießen und es ist monatlich kündbar. Für alle Zocker gibt es Sky Ticket auch auf dem Smart-TVs, Mobilgeräten und Konsolen. Klickt einfach in der Videobeschreibung auf den Link, um zum Angebot zu kommen, dort findet ihr auch alle weiteren Informationen dazu. Kommen wir nun zum heutigen Thema. Die 5. Episode der 7. Staffel löst gleich zu Beginn das Geheimnis, um Jamies und Brons verbleiben, indem wir sehen, wie sie an einer anderen Stelle des Flusses wieder auftauchen. Bronn stellt Jamie zu Recht zur Frage und macht nochmal klar, dass, solange Bronn nicht bezahlt wurde, höchstens er Jamie töten dürfte, die Freundschaft bei Drachen aufhört und Jamie wird bewusst, dass kein Mensch gegen gleich 3 Drachen auch nur den Hauch einer Chance hat. Tyrion zeigt uns die zur Asche verbrannte Erde, die Daenerys mit Drogon hinterlassen hat und wir sehen die überlebenden Männer, die von den Dothrakis gesammelt und zu ihr geführt werden. Daenerys bleibt sie selbst treu, hält eine Rede, in der sie den Männern sagt, dass sie nicht gekommen ist, um Valus zu töten, sondern um alle vom Joch der Tyrannei zu befreien und so sollen sie das Knie beugen oder sterben. Viele scheinen zu verstehen und knien auch sogleich, andere muss erst Drogons imposantes Gebrüll überzeugen, doch Randall Tarly weigert sich. Er stirbt lieber, als sich einer ausländischen Invasorin zu untergeben und auch zur Mauer kann sie ihn nicht schicken, da sie nicht seine Königin ist. So wird er vor Drogon geführt, aber nicht ohne seinen Sohn Dickon, der auch lieber mit seinem Vater sterben möchte und beide auf Daenerys Befehl Dracarys hin, mit dessen Feueratm zu Asche verwandelt werden, auch wenn Tyrion vorher versuchte, beide Seiten etwas Verstand einzureden. Daraufhin knien auch die letzten Männer und sie lässt einen grübelnden Halbmann zurück. Was übrigens Samuel Tarly zum Oberhaupt des Hauses macht und da dieser noch kein Meister ist, sollte ihm dieser Titel auch zustehen. Jaime ignoriert Qyburn, berichtet Cersei von ihrer fatalen Niederlage und macht ihr klar, dass sie keine Chance gegen drei Drachen haben, auch nicht mit allen Söldnern der Welt. Er offenbart ihr, dass es nicht Tyrion war, der ihren Sohn Joffrey tötete, sondern Olenna Tyrell und wir merken, dass Cersei durch und durch verbittert ist, denn anstatt etwas Reue dafür zu zeigen, ihren eigenen Bruder umbringen zu wollen, bereut sie erst stattdessen Lady Olenna, solch einen einfachen Tod überlassen zu haben. Aber sie macht auch klar, dass ihr durchaus bewusst ist, dass sie wohl so oder so sterben werden. Und so kommen wir wohl zur epischsten Szene dieser Episode und beobachten Daenerys, die auf Drogon zurück nach Drachenstein geflogen kommt. Dort werden sie bereits von Jon erwartet, wobei Drogon auf ihn zugerast kommt, um sich bedrohlich vor ihm aufzubauen. Doch Jon zeigt keine Angst und streckt seine Hand nach ihm aus, während Daenerys aus ihrem Winkel nicht erkennen kann, was vor sich geht. Drogon beschnuppert Jon und erklärt ihm wohl aufgrund seines Targaryen-Blutes für okay und lässt sich sogar von ihm streicheln, sehr zu Daenerys Verwunderung. Und auch als Daenerys von ihm absteigt, scheint Drogon ihr irgendwie sagen zu wollen, hey, Jon ist voll in Ordnung, schnapp ihn dir. So fliegt er beruhigt davon und lässt die beiden ihre Konversation führen, wobei Jon sich wohl immer mehr in Daenerys zu verlieben scheint. Daenerys berichtet von ihrem Erfolg und sie kommen ins Gespräch, wobei sie auf die entscheidende Frage kommt, was Ser Davos mit dem Stich ins Herz meinte. Doch Jon lenkt erstmal ab, aber sie bleibt dran. Bevor Jon darauf antworten kann, kommt Ser Jorah Mormont, begleitet von Dothraki-Soldaten vor Daenerys an und das Wiedersehen ist sehr herzlich. Wobei aber auch eine gewisse Spannung zwischen den beiden Männern entsteht, mit Sicherheit von Eifersucht gespeist. Daraufhin sehen wir von Bran kontrollierte Raben, die weit hinter die Mauer fliegen, um den Nachtkönig und seine Armeen auszuspähen, wird aber wie in den Trailern vom Nachtkönig entdeckt und befiehlt Maester Volkan, Raben mit dieser Information zu verschicken. Einer dieser Raben kam auch in der Zitadella an und so wird Samuels Zeuge wie die Maester über die Information scherzen und setzt sich dafür ein, sie ernst zu nehmen. Doch sie bleiben dabei, Samuels Überzeugungsversuche fruchten einfach nicht und so verlässt er wütend den Raum, um sich seinen Aufgaben zu widmen. Auch Jon bekommt diese Nachricht nach Drachenstein geschickt, die von Varys in Empfang genommen wurde. Er beredet mit Tyrion Daenerys tödlichen Kurs und dass dieser geändert werden muss. Natürlich hat Varys die versiegelte Nachricht an den König des Nordens bereits gelesen und nun bekommt auch Jon endlich die Informationen. Er erfährt zum ersten Mal, dass seine Geschwister Arya und Bran überlebt haben, aber auch, dass der Nachtkönig samt Armee zur Ostwache an der Seem unterwegs ist. Die Gruppe überlegt die weitere Handlungsweise und sie kommen auf den meiner Meinung nach total irrsinnigen Plan, einen Wiedergänger zu fangen und Cersei zu präsentieren. Damit wollen sie sie von der eigentlichen Gefahr überzeugen, sodass sie statt einander den Nachtkönig gemeinsam bekämpfen, um die Welt von ihrem bis jetzt ziemlich sicheren Untergang zu retten. Über diesen Plan habe ich übrigens bereits vor Monaten in einem Leak-Video berichtet, aber zu dem Zeitpunkt klang das alles sehr weit hergeholt. Doch selbst wenn sie es schaffen sollten, einen Wiedergänger wie ein Pokémon einzufangen, müssen sie noch eine Audienz bei Cersei bekommen, ohne gleich getötet zu werden. Sie gehen davon aus, dass Cersei auf Jaime hören wird und diese auf Tyrion, so soll der Zwiebelritter ihn nach Königsmund schmuggeln. Yorah Mormont meldet sich freiwillig, um seiner geliebten Khaleesi zu dienen und wir bemerken erneute eifersüchtige Blicke zwischen Jon und Yorah. Yorah alleine würde aber nicht die unerlässliche Unterstützung der Wildlinge so weit hinter der Mauer bekommen, also meldet sich auch der König des Nordens zu dieser Selbstmordmission. Meiner Meinung nach zeigt Daenerys bis zu diesem Zeitpunkt am meisten, dass sie wohl auch in Jon verliebt ist und verbietet ihm diesen Dienst. Allerdings braucht Jon als König nicht ihre Erlaubnis und bittet sie dieses Mal, ihr Vertrauen in einen Fremden zu setzen, so wie er es mit ihr tat. Sie blickt hilfesuchend zu Tyrion, dieser nickt zustimmend zu und so bleibt ihr nichts anderes übrig, als dem ganzen Unterfangen wortlos zuzustimmen. Die Szenerie wechselt nach Winterfell, wo Lord Royce und Lord Blower Sansa beschwichtigen, die Macht an Jons Stelle zu übernehmen, doch sie bleibt loyal, was auch Arya bemerkt, aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist. Arya begleitet Sansa in ihr Zimmer, was vorher ihren Eltern war, und stellt sie letztendlich zur Rede. Jon wurde beleidigt und in Aryas Augen haben sie es dafür verdient, den Kopf zu verlieren, was uns zeigt, wie eiskalt Arya geworden ist. Sansa zeigt ihre politischen Stärken und macht klar, dass sie Verbündete brauchen und keine Feinde. Doch Arya lässt nicht locker und behauptet, dass Sansa sich in Jons Abwesenheit bereichern will und eines Tages mit ihren Verbündeten die Macht gänzlich übernehmen möchte. Sansa scheint ernsthaft gekränkt zu sein und um ehrlich zu sein, kann ich nicht abschätzen, ob Arya sie nur testet, um zu sehen, inwieweit sie um den Kleinfinger gewickelt wurde, oder ob sie das Ganze ernst meint. In der nächsten Szene schmuggelt Ser Davos erneut erfolgreich seine Ware nach Königsmund, in diesem Fall Tyrion, der mit Bronn ein Treffen mit seinem Bruder Jaime ausmachte. Als Jaime auf Tyrion trifft und begreift, dass er nicht zum Training hierher geführt wurde, ist er geschockt und wütend, doch hört seinen geliebten Bruder an. Sie kommen schnell zum Punkt und so schlägt Tyrion seinen Plan vor, den Jaime neugierig zuhört. In der Zwischenzeit sieht sich Ser Davos im Handwerksbezirk um und trifft auf den vermissten Gendry, der mittlerweile seine eigene Werkstatt führt und vor den Augen der Königin ihre Waffen schmiedet. Sehr erfreulich ist, dass Ser Davos wohl auch Memes mag und unseren geliebten Witz bringt, dass auch er dachte, Gendry wäre immer noch am Rudern. Dieser ist aber schon startbereit und hat nur auf diesen Moment gewartet, präsentiert stolz seinen imposanten Hammer in Andenken an seinen Vater, inklusive Hirsch. Bei ihrer Abreise werden sie allerdings von zwei Wachen erdeckt, die Ser Davos erst erfolgreich beschwichtigen und bestechen kann, doch bei Tyrions Erscheinen werden sie misstrauisch und so wählt Gendry einen massiven Zwei-Hit-Kombo als Lösung des Problems. Jaime kommt in Cerseys Zimmer und bekommt noch das Ende Qyburns ärztlicher Behandlung mit, die wir aus dem Trailer kennen. Daraufhin gesteht Jaime sein Treffen mit Tyrion und dessen vorgeschlagenen Waffenstillstand mit Daenerys. Und weiterhin, dass die Armee der Toten marschiert, doch Cersei glaubt dies nicht und zeigt Jaime stattdessen, dass sie bestens über alles Bescheid weiß. Und auch sie macht nochmal klar, dass sie auf keinerlei Allianz aus ist und alles, was sich ihnen in den Weg stellt, töten wird, ob Drachen oder Untote. Und natürlich auch, dass sie von Jaime schwanger ist und er sie nie wieder hintergehen soll. Ihm ist durchaus bewusst, wie ernst diese Drohung ist und es sieht ganz danach aus, als hätte Cersei ihren Bruder wieder vollkommen unter Kontrolle. Ser Davos bringt Gendry unter falsche Identität zur bereits beschäftigten Miene von Drachenstein, um Jon zu treffen. Dort angekommen, pfeift Gendry auf Vorsicht, rückt gleich mit seiner wahren Identität raus und dass er sich sehr freut, die alte Freundschaft ihrer Häuser aufleben zu lassen. Er macht auch unverständlich klar, dass er mit seinem Kriegshammer in den Krieg ziehen wird und sich nicht aufhalten lässt. Doch bevor unsere Helden abreisen, schenkt Tyrion Jorah Mormont eine Münze aus ihrer gemeinsamen Sklavenzeit als Glücksbringer und Jorah nutzt bei Daenerys Ankunft die Chance, Jon zu zeigen, wie innig sie sich doch bereit sind. An Daenerys Blick Jon gegenüber merken wir deutlich, dass Jorah in der Friendzone bleiben wird und sie wohl offensichtlich Gefühle für Jon hat. Wir kommen zum heimlichen Höhepunkt der Episode, genauer gesagt zu Gilly und Samwell, der weiterhin seiner vergleichsweise unwichtigen Arbeit nachgeht. Gilly entdeckt das Buch des Septon Minor, der über alles mögliche Aufzeichnungen machte, die meisten unwichtig, darunter aber auch eine überaus wichtige. Und zwar die von ihm selbst ausgeführte Annullierung der Ehe zwischen Prinz Rhaegar Targaryen und seiner rechtmäßigen Frau, womit Elia Martell gemeint ist, und gleichzeitig in einer heimlichen Zeremonie in Dorne neu verheiratete. Es wird zwar nicht gesagt, mit wem er zwar heimlich, aber dennoch offiziell verheiratet wurde, aber selbstverständlich gehen wir alle davon aus, dass es sich um Lyanna Stark handeln muss, womit Jon Schnee ganz offiziell Jon Targaryen heißen würde und als der Sohn Rhaegars, Daenerys großen Bruder, den Thronanspruch vor ihr besitzt. Doch Sam unterbricht Gilly, bevor sie weiterlesen kann, und ihm wird klar, dass er bis jetzt seine Zeit mit unwichtigen Aufzeichnungen verschwendet, während die Lösung zur Rettung der Menschheit in einem dieser Bücher versteckt sein könnte. So schleicht er sich wieder heimlich in den verbotenen Bereich, klaut alle Bücher, die ihm wichtig vorkommen, verschwindet mit seiner kleinen Familie und allem, was er braucht in der Nacht. Denn er hat satt das zu tun, was sein eigener Vater ihm stets vorwarf, über die Taten besserer Männer als ihm zu lesen und so selbst zu einem besseren Mann zu werden. Als neues Oberhaupt seines Hauses und dem Herz am offensichtlich rechten Fleck gebe ich ihm sehr gute Chancen und das Ganze gibt einen weiteren Hinweis auf die Theorie, dass Samuel uns im Prinzip die ganze Geschichte erzählt und dementsprechend alles, was wir gespannt verfolgen, in Wahrheit bereits Geschichte ist. Arya beobachtet Kleinfinger, wie er sich mit Lord Royce und Blowers unterhält und seine Spione für Informationen bezahlt. Obwohl Arya gut ausgebildet ist, kann sie doch den in diesem Fach um einiges erfahrenen Kleinfinger wohl kaum unbemerkt ausspionieren. Dabei übergibt Meister Volkan Kleinfinger einen Brief. Dabei handelt es sich um den Brief, den Sansa damals auf Drängen Cerseys an ihren Bruder Robb schrieb, in der Hoffnung Frieden zu halten und ihre Familie zu schützen. Die Idee dazu kam natürlich von niemand geringerem als Kleinfinger. So ist es nun klar, dass dieser die beiden Schwestern gegeneinander ausspielen will, aber mir ist leider nicht klar, ob Arya den Köder tatsächlich schluckt oder einfach mal das Spielchen mitspielt, um ihn in Sicherheit zu wiegen und seinen weiteren Plan abzuwarten. Beim Verlassen des Raumes wird sie dabei natürlich von Kleinfinger beobachtet und bis jetzt scheint es so, als würde sein Plan aufgehen. Wir kommen zu Jon und seiner Truppe, die zur Mauer kommen und sich dort erstmal mit Tormund über ihre Pläne unterhalten. Dabei führte sie zu einer anderen Gruppe, die seine Späher gefangen genommen haben. Natürlich handelt es sich dabei um den Bluthund Sandor Clegane, Beric Dondarrion und Thoros von mir. Schnell wird klar, dass sich hier prinzipiell nur Feinde versammelt haben. So hat zum Beispiel Joras Vater Tormund und seine Leute gejagt und Gendry wurde von der Bruderschaft verkauft. Natürlich sagt uns Beric wieder, dass es sich hier um Schicksal handelt und auch Jon scheint zu erkennen, dass es sich hier nicht um einen Zufall handeln kann, belässt es aber dabei. Denn als atmende, lebende Menschen stehen sie alle auf derselben Seite. Und so steht unser Dream Team endlich an der Pforte der Mauer, lässt das Tor öffnen, um ins Reich der Weißen Wanderer einen Wiedergänger zu fangen und lässt uns alle voller Spannung zurück. Auch wenn es in dieser Folge nicht so viel Action gab wie in der letzten, gab es dafür umso mehr Aha-Momente und ich denke, wir sind alle ganz aus dem Häuschen über die indirekte Bestätigung Jons Targaryen-Herkunft. Vor allem dessen epische Szene mit Drogon hat mich wirklich beeindruckt und ich hoffe viel mehr davon zu sehen. Was meint ihr dazu? Lasst es mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare, lasst ein Like da, teilt meine Videos und abonniert im besten Fall meinen Kanal, um immer auf dem Laufenden zu sein. Ich möchte euch allen auch nochmal herzlich für bereits über 7000 Abonnenten in so kurzer Zeit danken und verlose unter allen Abonnenten meine eigene kaum gebrauchte PS4. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, meinen YouTube-Kanal sowie meine Facebook-Seite zu abonnieren und zu liken und wenn ihr dabei seid, schaut auch mal auf meiner Homepage www.derschattenwolf.de im Forum vorbei. Die Ziehung des Gewinners der PS4 findet am 30.09. im Livestream statt und ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück. Und denkt daran, ihr könnt euch die gesamte 7. Staffel von Game of Thrones seit dem 17.07. bis zum Staffelfinale am 28.08. für unter 2 Euro mit Sky-Ticket ansehen, gerne auch über Mobilgeräte, Smart TVs oder Konsolen und es ist monatlich kündbar. Klickt einfach in der Videobeschreibung auf den Link, um zum Angebot zu kommen. Dort findet ihr auch alle weiteren Informationen dazu. In dem Sinne bis bald und Valar Morghulis.